Das nächste Stück ist das letzte vor der Pause. Eine Kraftwerknummer kennt eh jeder. Sag ich auch nicht an. Das ist so eine Marotte, manchmal sagen wir, ich sag das nicht an, weil das jeder kennt und dann sitzt man im Publikum und dann kennt man das nicht und dann fühlt man sich komisch. Aber das kennt ja echt jeder. Das ist so eine Marotte. Das ist so eine Marotte. Das ist so eine Marotte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt schalten wir das Radio an Aus dem Leitsprecher klingt es 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 an Musik 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 Rainer Rentsch am Schlagwerk, Paul Kleber in den Besson, Werner Apparatier am Konzert bügelt. Vielen Dank, wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Vielen Dank.